Okay, Britzelmann, wo bist du? Britzelmann, hallo. Hey, wo muss der Britzelmann sein? So. Da, der hat gesessen. Weiß, Britzelmann, dass wir hier nicht warten. Hast dich? Okay. Immer, Britzelmann ist ein super Britziker, oder? Voll unfair. So, okay. Wo ist Britzelmann? Nein! Britzelmann darf nicht zu lange Britzel. Ich darf nicht zu lange sein Britzel ausgesetzt sein. Nein! Tot. Irgendwann bist du derbe tot. Ich will nicht mehr tot sein. Mach's einfach nochmal. Ich werde Britzelmann noch besiegen. Dann höre ich jetzt auch in der Aufnahme. Ich werde Britzelmann besiegen. So. Nein, Britzelmann stirbt. Gleich ein Schussabfell kommt. Nein! 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 So, er hat gleich ein paar Schüsse verpasst. Hey, Britzelmann, stirbt. Britzelmann, dann weg. Unfaires Spiel. Unfaires Spiel mit Britzelmann. Okay. Also, wie gesagt, darfst du anscheinend nicht mehr rausgehen. Das ist nöde Idee. Nein! Nein! Britzelmann stirbt. Ich hasse, Britzelmann. So. Hallo, Britzelmann. Ich weiß, dass du da bist. Ja! Stimmt, Britzelmann. Die soll das Britzelmann sofort tot. Jetzt wird's nicht sterben. Ich muss nachladen. Ich will's nicht sterben in so einem Scheißmoment. Das ist ja scheiße. Okay. Okay, okay, okay. Ganz gut, danke. Oh Gott! Ja, das kommt mal mit vor. Oh, sterben. Dankeschön dafür. Oh, so, Munition, ja. Okay. Dann nehmen wir doch das andere Gewehr hier. Ich hab noch drei Schuss. Diesen drei Schuss werde ich auch nutzen. So, weiter geht's. Hier hat blöd ein Schicht. Boom! So, so schnell kann man Britzelmann töten. Oh mein Gott! Das war's noch nicht gewesen. Nach Britzelmann kommt noch so ein dummes Eilungsvieh. Ja, klasse. Dagegen kann ich auch so viel machen. Ich bin auch so gut dagegen gerüstet. Wisst ihr? So gut dagegen gerüstet. Gegen so ein dummes Scheißvieh gerade. Ich komme ja auch nicht raus. Was mache ich dagegen? Was mache ich jetzt gegen dieses dumme Monster? Okay. Okay. Also nach Britzelmann ist das noch nicht voraus, ne? Mal sehen, dass nach Britzelmann noch kommen soll. Okay. Was ist das hier eigentlich? Was habe ich für ein Ding? So ein Ding halt habe ich. Warum habe ich so ein Ding? Okay. Hallo! Ja! Bring dich einfach so mit meinem super Britzelgewehr. Wuh! Das ist cool, das Teil. Ja! Ja! Okay, mit meinem Britzelgewehr um. So, okay. Stirb einfach an Britzel. Kannst an Britzel sterben. Okay. Okay. Hört schon verstanden. Du bist böse. Du bist echt ein böses Monster. Das habe ich jetzt schon rausbekommen. Okay. Sehr gut. Du kannst toll schießen und du kannst sehr viele Sachen, die ich nicht kann. Nein! Nimm's rein! Ja, ich bin schon ein Britzel. Britzel, ich bin schon ein Britzel. Ich bin schon ein Britzel. Okay. Hörst du nicht mit. So. Du dummes Mistvieh. Was mache ich mit dir? Was soll ich mit dir machen? Ist nicht. Ist nicht. Ist nicht. Ist nicht. So. So. Dann ist es nicht vorbei, ey. Hast du nicht so schnell von diesem dummen Fettel. Okay. Ich wollte diese Laserwaffe wieder. Wie er eben hatte. Wo ist die Laserwaffe hin? Wo ist die eben auch? Verdammt. Da sind wir. Gut. Ich wollte die Laserwaffe vom Britzelmann. Das hat das alles. Das hat keinen Sinn hier. Nein. Stimmt. Britzelfieh. Ich hatte Britzelwaffe vom Lasermann. Britzelmann. Ich habe die Laserwaffe vom Britzelmann. Wuh. Okay. Das macht echt keinen Sinn hier. Nein. So kann ich gewinnen. Okay. Stimmt. So. Okay. Hätten wir das. Ist das nochmal andere Vieh? Alter. Ist das auch fair gerade. Ja. Das Spiel wird echt auch fair. Macht den Stellen. Ihr habt so. Reicht Leute. Jetzt so. Reicht das Spiel ist echt auch fair. Macht den Stellen. Nein. Okay. So. So. Weiter geht's. Oh. So. Okay. Wir haben ihn nur nicht mit englischen. So einen super derben Attacken. So. Da bist du ja. Jetzt geht das ordentlich was auf. Das ist Gebritze. 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 So. Oh. Alles in die Luft jagen. Britze. So. Ja. Dann werden wir noch mehr Britze gerade rücken. Ja. Ja. Beim Britze. Okay. Ich will nicht sterben. Das ist so. Das ist so unmachbar. Okay. Ey. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Ne. Ist nicht. Ist nicht. Ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Geht weg. Ich hab gesagt es ist noch nicht vorbei. Also es ist nicht vorbei. Ja. Schön. Ich bin das auch schon mal. Gebt ja. Oh. Britze. Gewehr her. Mit der Zeit verschalte ich jetzt noch den letzten Kerl da aus. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Alter. Hoff ich jetzt zu verpissen. Boah. Dich. Ja. Schön. Ja. Okay. Da dreht er gleich völlig am Rad. Schön. Wirklich. Klasse. Okay. Ich will nicht gleich schon sterben. Das ist ja scheiße. Dann hätte ich auch noch ein bisschen überleben. Okay. Britze. Ich drehe durch. Okay. Ich will mal gucken was ich machen lasse. So. Granate Nummer 1. So. Okay. Da springt er. Da springt er hoch. Jetzt schnell auf die andere Seite wechseln. So. Britze. Monster. Dreht durch. Okay. Darf ich nicht zu sehr durchdrehen. Das darf ich gar nicht zulassen. Schön auf Distanz bleiben. Weil die Britze Vieh. So. Stirb irgendwie. Irgendwie musst du doch sterben. Irgendwie muss das doch möglich sein. Irgendwie musst du dich doch kriegen. Okay. Schlepp weiter rein zur nächsten Richtung. Okay. Grüß. Britze. Monster. Nein. So. Hallo. Ich bin auf Distanz und du tötest mich dadurch nicht. Nein. Wir haben noch nichts weiter diskutiert. Okay. Okay. Ganz früh bleiben. So. Das wird zu viel. Tee. Nimm einfach Granaten und dann lass mich. So. Dann springst du dich jetzt selber in die Luft oder so und dann machst du irgendwas. Aber stirb. Maaan. Stirb doch einfach. Mann ey. Okay. Jetzt will ich nicht sterben ey. Jetzt will einfach nicht sterben. So. Ist mir egal ey. Krieg dich tot. Krieg dich schon irgendwie tot. So. Lass mich unter superbeschuss nehmen. Das ist immer scheiße. Wenn ich immer unter vollbeschuss von deinem Seite stehe. Mann. Okay. Jetzt hat wieder so eine super Explosion gemacht. So. Okay. Wo bist du? Okay. Da bist du. Ja. Hey. Nimm den Britzeln Waffen. Nimm doch einfach Britzeln Waffen und stirb dran. Maaan. Ich stirb. Ich muss es auch möglich sein, dich zu töten. Oh Gott. Es ist einfach nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, ihn zu töten. Ist er tot? Jesus Christus. Ist das wie... Ist das wie... Bekloppt im Kopf ey. Lass mich hier raus. Oh. Aus der Gladiatorn Arena raus und... Hab jetzt nochmal das Spiel. Hör her. Hier ist Jin. Ja. 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 Du schaffst das schon. Ja. Ich mach's. Ja. Ja. Ich geh auf einmal... Ja. Ist klar. Ich bin so erregt. Was sagt der da für ein Scheiß? Sie gehört nicht zur Familie. Doch. Lass sie zurück. Sie ist es nicht wert. Nicht jetzt, da wir so nah sind. Wär's nicht wichtig. Das wollen wir eigentlich nochmal. Ich weiß auch nicht mehr... Ach, genau. Das große Ding da. Ja, ich hab weh. Ja. Wer? Oh Gott. Wird ihr wehen? Ja. Ziel erfasst. Ich bin da mal Ziel erfasst. Was ist denn? Du... Sehst du die Scheiße? Welche Scheiße? Ich könnte ja mal wieder speichern. Das wäre mal nett, ey. Speichern wäre mal toll. So. Ich werde erstmal mit dem Brützegewehr alles töten, was hier in die Zeit kommt. Ja, okay. Ich guck mal, was sich machen lässt. So. Brütze. 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 Nein. Nein, stopp. Jetzt, Brütze, nicht. So. Ganz ruhig bleiben. Na. Wo ist noch einer? Na. Da ist... Du bist ja wohl noch nicht tot. Warum nicht? So. Jetzt seid ihr tot hier. Mann. Brütze euch einfach alle. So. So. Okay. Brütze-Waffe ist geheim. Brütze-Waffe ist halt echt geil. Scheiße. So. So. Du bist auch tot. Na. So. Stirb dran. Dankeschön. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie es weiter geht. Nein. Brütze Mann. Brütze Mann. Ja. Das ist alles so ein. Nein. Du. Hu-Ren. Oh. Das war ein schöner Abgang. Das war ein schöner Abgang gewesen. So. Können wir jetzt mal aufhören, du. Hu-Ren. So uns zu sagen. Das ist echt böse sowas. Siehst du dich? Boom. Okay. What the fuck? Ich würde gerne speichern, aber ich sehe nicht, wie man speichert. Ja. Das tut weh. Das tut weh. Oh. Alle. Ärgerlich. Kommt damit vor. So. So. Scheiße. Scheiße. So. Gibt noch Emulsion jetzt. Na, na. Verschauen. Spaghetti. Hu-Ui. Geht jetzt so viel dazu. Geht das, äh, so ein dummer Schrott finden werden? Könnten wir jetzt was speichern, bitte? Das wäre sehr nett. So. Geht die Schrott finden, der. Dankeschön. Danke. Oh Gott. Wer seid ihr denn? So. So. Granate. Verschwar. Spaghetti. Boom. Boom. Granate. Verschwar. So. Ich bin getroffen. Verflucht. Okay. Ist alle. Nein. Nein. Blöde Schildman da. Ich hasse Schildman irgendwie. Öh, Schildman. Schildman hat mich vernichtet. Okay. Wir machen nächstes Mal weiter, wo Schildman nicht hüpftet kann. Nicht zufrieden. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ich fasse es ja nicht. Oh, Mann. Ja, gut, dann lassen wir es ja so hier stehen. Und nächstes Mal kämpfen wir gegen Schildmanchi. Und den vernichten wir nächstes Mal. Oh, okay. Bis zum nächsten Mal. Weil, äh, 4-3 mit Schildmanchis. Und dann verkloppen sie die halt. Ich hoffe, ihr hattet euch Spaß. Ich hattet ihn auf jeden Fall. Bis dann. Äh. Man hört sich. Sicherlich. Ich hattet ihn auf jeden Fall.